Hallo, ich bin's wieder, die Jenny von der Taskforce der Sparkasse LWL-Star. Und wie ihr schon aus unseren vorherigen Beiträgen erfahren habt, sind wir fleißig dabei, unsere Unternehmen finanziell zu unterstützen. Und wir haben jetzt auch eine neue Gutscheinaktion eingeführt, in der auch ihr die Möglichkeit habt, unsere regionalen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Das Grundprinzip ist ganz einfach erklärt. Dazu gehen wir mal auf unsere Homepage der Sparkasse. Und zwar findet ihr unter dem Punkt, wir kaufen weiterhin regional alle wichtigen Infos zur Gutscheinaktion und könnt dann auch schon direkt hier auf unterstützen klicken. Dann öffnet sich eine Reihe von Unternehmen, denen ihr helfen könnt. Einfach nochmal auf den Button unterstützen und schon öffnet sich euer Online-Banking-Zugang, wo ihr dann die Möglichkeit habt, die Überweisung direkt zu tätigen. Wenn ihr keinen Online-Banking-Zugang habt, findet ihr auch alle wichtigen Überweisungsdaten auf unserer Homepage. Üblicherweise sieht ja ein Gutschein so aus, wie zum Beispiel der Gutschein aus dem Bürgerhaus. Unsere Gutscheine sehen jetzt etwas anders aus in Briefform, wo aber auch alle wichtigen Infos enthalten sind, wie zum Beispiel die Gutscheinnummer, das Unternehmen und auch der Betrag. Sobald die Geschäfte wieder geöffnet haben, könnt ihr mit diesem Gutschein in die Geschäfte gehen und diesen einlösen. Ich bedanke mich jetzt schon für euer Interesse und wünsche euch alles Gute.